Moin moin, ich bin's, euer Flabti. Herzlich willkommen zu der dritten Folge Mein Einkauf vom. Heute habe ich nicht viel eingekauft für insgesamt 8,58 Euro und was ich so eingekauft habe, das zeige ich euch jetzt. So, als erstes zwei Brote. Schönes leckeres Weizenbrot. Und dazu habe ich mir leckere Geflügelfleischwürste geholt. Als nächstes habe ich mir eine leckere Süßigkeit geholt. Leckere Muffins. Und als nächstes, damit ich auch mein gesundes Essen futtere, habe ich mir Bananen geholt. Und zum Schluss habe ich mir noch etwas mit Bananengeschmack geholt. Und zwar zwei Flaschen leckere Müllermilch. So, das war die dritte Folge Mein Einkauf vom. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.